bald sind es zwei jahre seitdem das letzte video von papas, ihr seht es, Papas Cheeseria draußen rausgekommen ist und ich dachte mir da ist, da sie an einem neuen spiel arbeiten, die Jungs Mädels vom Flipline Studios, nenne ich Papas Cheeseria oder sowas, dachte ich mir okay, ich wollte im Grunde genommen da dann erst wieder in Anführungszeichen anfangen, so mit Papas Cheeseria, Cheeseria wie auch immer, aber ich dachte mir okay, da sind noch zwei weitere spiele die ich noch nicht kenne, die ihr vielleicht auch noch nicht kenne, vielleicht kennt ihr sie auch schon, und zwar Papas Bakeria und Papas Sucheria und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Papas Bakeria und machen es genauso wie damals mit Papas Cheeseria, also zwei Tage, zwei Tage, drei Tage, das macht zwei, vier, sieben, passt, heißt jetzt die ersten beiden Tage, ja, viel Spaß, ich freue mich schon, ich kenne es doch nicht, wie gesagt, Papas Bakeria, und bleibt mit der Musik, ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwie Schweigerscheine vom Papas Cheeseria habe, könnte sowas tatsächlich sein, aber ich dachte mir, fangen wir einfach von vorne an, ja, fangen wir von vorne an, Neues Spiel, Machen wir mal auf einen Custom Worker, das sind ja, ups, das sind ja ganze Seiten, ähm, machen wir mal den, Eien, 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 Extras, cool was? was? what? what? ok ok lol lol wo ist nach unten? 3 1 ok ok gut zu wissen dann das da oben drauf was? achso ok musst du ein bisschen drüber gut zu wissen äh dann was? ok dann backen demnach sind wir gerade hier dazwischen drop station ja passt für was? achso das soll in die Mitte ist überall drauf oder? all over ja banana slice oh god ein bisschen bananen ein bisschen bananen acht stück gut das heißt beim nächsten mal müssen wir uns wahrscheinlich sogar selber antworten oh fast 100% aie 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 eie aie aie und diese extra wünsche hat ja nicht so perfekt geklappt äie aie aie ach ich hab wappen ich dachte hä wo ist eigentlich die dropping station? drop äh top dropping top station top station äh karamell wieder komplett oben drüber äh karamell wieder komplett oben drüber 8 ach 8 eieieieieieieiei au muss ich mir jetzt mal mehr muss ich mir mal mehr um nur das mir auf die Nähe gekommen wenn das eigentlich immer nur so 8 stück sind wenn das 8 stück sind dass man einfach nur die die über kreuz macht erst mal mh auch nicht schlecht Punkte über Punkte. 99% ist auch gar nicht mal so übel. Wir machen aber jetzt schon mal ein Backup. Und machen wir weiter mit dem zweiten Tag. Also gleich. Ach ja komm nochmal. Ach ja komm nochmal. Okay. 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 Das ist schon sogar fast der geradeeste Turmus jetzt. Nicht schlecht. Blow, flow, wow. Kleidung. Sehen wir das an. Ich dekorier nochmal die Lobby. Haben wir nicht noch was? Toast war das genau. Die Freshness. Obwohl da haben wir immer wieder ein S dabei. Dann würde ich ja sagen, dass wir darauf warten bis dann... Was war das wahrscheinlich Summer oder sowas? Was ist Summer? Weiß es nicht. Du kannst aber kurz gleich ganz schnell herausfinden. Ähm... Starlight Jubiläum. Alles klar. Und würde ich sagen, machen wir weiter mit Talk 2. Neuer Customer Johnny. Und Fatschverling. Und Fatschverling. Heuer, guck mal noch was denn eingestellt. Das war klar. Schokolade. Dann... Okay. Und... Ach, von den Schoko-Crisp-Dingern. Ähm... Schokolade. Dann da da drüber. Und erstmal Bomben. Okay, alles easy da noch. Okay, alles easy da noch. Genau die Hälfte. Dann können wir das schon mal aufpacken. Und dann den dritten annehmen. Okay, noch nicht. Ich dachte... Okay, doch. Die dritte. Nehmen wir die Order und... Und... Das. Dann einmal hier kommt der drauf. Und... Ups. In die Mitte. Dann können wir das nehmen. Und schon mal... drauf packen. Dann... Kirschen überall. Und jetzt acht von... Den hier. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Parkstation... Okay, können wir machen. Okay, können wir machen. Oh, solide. Eieieieiei... Eieieieieieieiei... Eierieieiei... Eierieiei... Mehr extra Wünsche, ob wir richtig leben können, war? Schokolade. Dann das. Dann das. What the fuck? Eieieiei. Toppings habe ich schon. Was? Du kannst deklage Toppings on top of flat Toppings. Also auf Bananen kann man Kirsche packen und so weiter. Ja, das habe ich verstanden. Habe ich verstanden. So, Bananen. Eine, zwei, drei, vier. Hier, dort, dort und dort. Cool. Uubala. Hier geht es schon wieder bei einem hier. 99 Punkte. Ja, das habe ich auch schon bekommen. Das mache ich gerade so wollen. Kann man besser machen. Kann man besser machen. Ist noch Luft nach oben. Kann man besser machen. Put one in the center and space the rest of them in the inner ring. Moment. Was? Put one in the center and space the rest out of them. Ah, okay. Hier, da und dann. Ach, darum. Alles klar. Verstanden. Nicht schlecht. Äh, jetzt. Sieht ja schon lecker aus, ne? Eine in the movie. Wo kann ich jetzt das hängen? Was? Habe ich verstanden. Alles klar. Coole Sache. Coole Sache. Puh, 97 Prozent. Äh, Punkte. Und dem auch herum mehr oder weniger Prozent. Durchschnittlich. 98 Prozent. Juuu. Und Rang 2. Fatsch. Fanartige. Äh, ich speichern mal kurz. Und dann machen wir auch noch ein kurzes Spiel mit Chiliworks. Ach so, da war ja noch okay. Äh, zack, 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 zack. Falsch. Ah, okay. Verstehe. Äh, äh. Perfekt würde ich sagen. Können vielleicht noch mal kurz die Lobby dekorieren. Was? Ach, muss nicht. Äh, Inventory. Okay. Es sind auch wieder keine Standarddinger da. Es sind nur solche Holiday Sachen. Verdammt. Machs gut und bis zur zweiten Folge. Tschüss. Wir haben im fashion. Modi smart. Wir haben heute Brüche. WirSetten imądrum für die Kaffee. Wir haben deutlich zu über 25 vrijwillig. Wir haben heute einen Moment und her dispose, viel�� wieder anicks safe.